Willkommen zurück bei Prince of Persia Stands of Time. Wir sind gerade auf dem Weg zu den Badehäusern. Ich habe gehört, da ist noch ein bisschen warmes Wasser über. Oh Mann. So, wo ist das nächste Mistree? Komm mal näher, du allertruthan. So, nächster Druthan bitte. Und den letzten bitte. Dankeschön. Sehr schön. Sehr schön. Hoch. Also nochmal zu dem außerletzten Folge. Jeder, der behauptet, Mann, Frau, gehört an die kurze Leine. Und nur einer hat in der Beziehung die Hosen an. Alter, such dir Hilfe. Eine Beziehung ist eine Gemeinschaft. Eine Beziehung besteht aus Vertrauen. Und wenn ihr euch nicht gegenseitig vertrauen könnt, solltet ihr vielleicht mal fragen, ob eure Beziehung wirklich Sinn macht. Und wenn ihr euch nicht gegenseitig vertrauen könnt, Ah, das glaube ich aufgemacht. Schön. Aber ich will da noch gar nicht hin. So, irgendwo da ist noch so ein oller Käfer. Denn ich möchte eigentlich noch da oben drauf. Na, da komme ich wahrscheinlich von hier irgendwie drauf. Hä? Ich glaube, ich übersehe gerade was ganz, ganz Wichtiges. Wie kann der eigentlich sofort sterben, wenn er nur so ein kleines Ding da runter bringt? So, und ich habe den Timer schon wieder vergessen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Eigentlich... Eigentlich war ich mir ziemlich sicher, dass ich den hier auch ziemlich... dann fährt... Dann fährt... Dann ist das Tor oben. Und dann... geht es aber nicht so richtig weiter. Weil ich kann ja von nirgends... da rüber springen. Moment, 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 Moment. Vielleicht gehe ich das Ganze auch gerade nur falsch an. Nein. Nein. Shit. Ich glaube nicht, dass mir das gerade hilft, aber ich versuche mal was. Aha. Also hilft das doch. Wunderprächtig. 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 So, geschafft. Wunderprächtig. 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 Diese dummen Flederläuse. Was soll das denn? Gehen die mir gerade auf den Sack? Warum können die mich da so problemlos runterschmeißen? Was? Was? Hä? Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, oder? Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Drecksviecher. Los, geht alle drauf. Geht alle drauf. So, hier geht's weiter. Los jetzt. Ich will euch alle treffen. So, all die Flederläuse, ey. Wir sind jetzt schon auf bis zum Brienbal. Diß Circa. Da sind sich immer wieder drauf. Leise beliebten. Und, ja. Ja. So, wir sind mittlerweile bei 55% angekommen. Ich bin ja ein bisschen begeistert von mir selbst, ne? Nein! Das war es dann auch mit der Begeisterung von mir selbst. Wer so schlecht spielt, hat keine Begeisterung verdient. Nein! 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 Oh, um Gottes Willen. Also, wenn das hier die Bäder sind, ja, ähm, möchte ich... ...niemals hier bahnen müssen. Weil den Weg bis zu den Bädern würde ich nicht mal schaffen, geschweige denn zurück. Okay, los, beweg dich, beweg dich. Oh, um Gottes Willen. Wer baut das denn überhaupt jedes Mal wieder auf? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wie lange kann ich wohl hier dran hängen bleiben, bis das Ding endlich abfällt? Oh, mein Auge juckt grad. Und es brennt. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Also, letzte Folge für heute. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. So. 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 Hier geht's weiter. Ja. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen leiser geworden bin beim Sprechen. Aber ich hab mich grad ein bisschen bequemer nach hinten gesetzt und jetzt nicht darauf geachtet, wie ich vor dem Mikro sitze. Gasvolk ist eingearbeitet. Alles weggesnevet. Alles weggesnevet. Also, ich verspreche euch, ich würde nie wieder baden, wenn das mein Weg zum Bad wäre. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Oh, diese scheiß Bledermäuse. Oh, diese scheiß Bledermäuse. Nimm doch die Leiter, Mann. Nicht von weg springen, du sollst da jetzt hochklettern. Bin ich ja wieder da, wo ich eben angefangen hab? Hä? Wo soll ich denn überhaupt hin? Huch! So. Hier geht's wieder runter. Da geht's nicht lang. Nein. Okay, das ist schon nach falsch. Da geht's nicht lang. Ja. Das hier ist also richtig. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich hab' die Handkantenverkloppung der Steinmauer. Oh Gott. Jetzt hab' ich kein bisschen aufgepasst. Musste mich grad strecken und gehen und ja. Also so langsam kickt wirklich die Müdigkeit. Na ja, hier kann ich mich ja auch heilen. Hö, höhö. Hö, höhö. So. Hier hoch. so hier kann ich jetzt speichern das heißt auch wenn die folge heute ein bisschen kürzer ist ich mache hier schluss weil ich bin nur konzentriert gerade es tut mir leid wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin macht es gut und